Alles okay? Mama? Tut mir leid. Schade. Um den Ausflug. Mama, warte hier. Ich hole einen Arzt. Hallo? Viel Glück. Ab nach Hause mit dir, du Göhre. Hm? Alles okay? Mir geht es gut. Gibt es hier vielleicht einen Arzt? Ich wohne leider etwas abseits. Ich kenne mich hier nicht so gut aus. Ach so. Aha. Um was geht's denn genau? Ist nicht so wichtig. Danke. Ich gehe zurück. Mama wartet. Wie du meinst. Mama. Es tut mir so leid. Ich bin gleich wieder bei dir. Mama. Oh. Iris. Ich muss zurück. Zum Planeten. Hm? Sei bitte nicht traurig. Vergiss nicht. Gott. Ich werde immer bei dir sein. Nein, Mama. Bleib hier. Unser Ausflug. Wir wollten noch einen Ausflug machen. Kann ich Ihnen helfen? Meine Tochter. Bringen Sie Aris in Sicherheit. Oh. Wir müssen hier weg. Mama. Mir gefällt das Wied. Mama. Mama. Hab sie. Hier drüben. Deine Frau. Sieg. Sieg. Es ist aber schade. Sieg. Vielen Dank.